Oh mein Gott, du hast das Tutorial gemacht. Ich hab das Tutorial, ich hab's nicht übersprungen. Ja, danke. Brauchst du auch nicht. Dann darfst du dich ja nicht beschweren. Ja, wenn ihr hier und hier sonst noch da seid. Du musst Holz sammeln und Darwinium und auch er hast ein Rad, um Sachen zu bauen. Ich bin mit C ganz ein Ding, ey. Und dann hast du auf der linken Maustachst du schlagen, rechte Maustachst du den Bogen und dann leuchte rum und haus heute noch zum Augen. Nur die KI. Und du musst gucken, du kannst erfrieren, rechts ist die Wärme, die geht auch mal runter. Genau, dann musst du ein Feuer machen, dich da dran stellen, um dich aufzuwärmen. Auch auf dem Rad oben. Warum kann man hier nicht... Hier fehlen irgendwie so viele weniger... Oh mein Gott, Alter, ich kann nicht reden. Ich bin nicht geboren. Hey. Das Ding macht mich verrückt. Komm im Behindie-Chat, Alter. Ich sehe dich auch, da ist doch irgendwo eine Kiste. Ich wollte das nicht, Sven, aber du hast angefangen. Hat Sven gestänkert, oder? Sven hat rumgestänkert. Ich stand hier rum und da kann man jeder rein. Ja, ich hab dich auch gehört, deswegen... Ich hab' anders hingegangen, aber du bist da rein. Wie macht man hier nochmal seine Bilder? Im Haus? Warst du im Haus, als ich reingegangen bin? Ja. Ich hab dich nicht gesehen, ohne Scheiß. Ich stand in dem Haus drin und hab grad geguckt, ach hier ist so ne Karte. Hm, da ist noch so ein Pfeil. Ob der wohl hier bei mir ist und dann stand so quasi in mir drin. Ich hab' grad grad schon gehört, aber ich wollte halt eigentlich besser in die Hannel-Richtung gehen. Hab'n fchod's falsch gehört. Gen strah' ich noch Holz, ja. Einfach draufschlagen auf die Bäume. Kann man mal auf dem Baumhauen? vimos die normalen Bäume? Die sind gehyvertet. Ja dann so, schmale, schmale Beerten quasi. Sven, guck mir dem Micha zu, und vielleicht leweiche ichs ihnen ein bisschen an. Ähm...Needraden or? Ja. Ähm... Da das liegt, daran siehst du das da jemand in den Nähe war und da was gecraftet hattest! Das ist unser Koffer da. und die bäume mit holz sie sind so türkis gehighlightet da sollst du nicht reingehen da ist die zone zu oder schließt gleich und auf dieser übersichtskarte siehst du dass diese eine area gleich zu ist das ganze aufmachen da muss der f drücken gedrückt halten hallo stefan da hinten links ist holz links hinter dir jetzt rechts von dem wasser ich hab ja gar keine sehr gut genau und wenn du feine möchtest du sie craften sonst hast du keine ich habe auch keine ich denke schon mal ist das ach nein ich bin tot echt nein noch nicht aber fast jetzt ich denke auch ganz da links war noch holz das ist der kälte wenn die bei null geht dann genau da muss mit f ganz zeit auch aufs sammeln gemacht wenn ich gar nicht die tun mit f sind eigentlich nicht neu nein ich meine die pfeile die gegenstände die gegenstände sind neu da habe ich mich auch gerade gewundert war nie lang genug da um gegenstände zu finden mich hat jemand markiert hey so erklär ich euch für mich hat das spiel der kann das besser als ich wenn ich hier so zugucke ist das so ich probier einfach nur irgendwas aus die liebste beiden da ist holz rechts hinten hinter dir mal umdreht das holz da und dahinter nochmal oh das ist da ist jemand hey alles klar du warst keine pfeile mehr hier ist wichtiger ich hab doch ich hab doch ich hab doch mit der axt einfach alles klar yo alles klar ich hab doch einfach weg ich hab doch einfach mit der axt mach ihn doch einfach weg mach doch weißt du das kann man auch so tun so ein auf opfer ich hab das ernsthaft glaub ich einmal gespielt merkt man ach ach 100 stunden am stück aber nur einmal aber auch zu markieren so eine scheiße clusterfuck äh irgendwie zwei müssten sich hin aber machen die nicht ja mach ich's auch noch da hä wieso seht ihr euch nicht ja mach ich's klar der ist maß auch verstecken dies ist ein survival game macht es keinen sinn ich hab dich wieder markiert ich wollte nicht rollen ja weil ich die nicht auswählen kann also ich konnte die nie auswählen ja das war ein bisschen gegenüber die fallen ganz neu sind nicht so extrem fair dafür habe ich ja genau die schlechteren hast du dafür nicht ein gewehr eines automatischen geschützt hast du das ding ja das kannst du einmal anschließend ist er kaputt ja dann wissen aber vor allem die neuen hier nicht so wirklich ja dann sagt das demnächst du wusstest doch aber ich ist ja auch für mich kein problem ich bin ja weg wieso ist doch ich will auch wegkippen ja das stimmt der bauer der schlack verwundet oder keine ahnung worüber ihr redet habe ich stark gefudelt schlack verwundet habe ich gesagt aber ähm da siehst du den den ah ok der den abgehakt hat und du musst mal so das feuer machen ja ich auch feuer 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 da da auch stefan ausgeschaltet bauer knallhart der typ ja schon warum dauert man zu lange aber war nur der bauer hatte leider keine feine weiß schon wie du die machen kannst na ja ich hatte aber kein holz hat er jetzt von dir ja ja jetzt aber jetzt habe ich auch keine von dir wie kann man sich denn heilen wie könnte ich denn da einen drop indem du glaube ich rehe abschließt ne rehe oder mit so einem healpack weil du die truhen trinken kannst was ist diese ah ok kommt es ja gleich zu einem kampf vielleicht vielleicht wird es spannend ja machi ist hier machi wir haben auch ganz schön viele drin und Sven wie geht es bei dir so ja ich war ja nach 10 sekunden wieder tot hier du wirst ja ich dem machi jagen den kannst du nicht jagen eine klasse eine klasse meister auf verstecken zu gucken ja das wird wieder bestätigt das meister auf verstecken das schon weg schon verloren ich glaube ich das einzige survival game was wir auf der liste haben oder ja 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 wer gönnt sich denn da das ist ja auch scheinbar ultra beliebt dieses genre ich nicht irgendwie bin ich da in keinster wurm form irgendwie mal mitgeworden war mitgeworden ja du musst ja auch feuer machen Sven sonst ist es nicht warm kopf 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 skiben und kopf den her am u Die wechten sich ganz leicht aber discovered wunderschönen ab impfen im kürzer aber 승 klin aber l Wär doof, dann würden die Leute in zwei, ja gut, die gehen uns gegenüberliegenden Zone, oder? Was ist, wenn es sich in eine Zone teleportiert, die kaputt ist? Dann kommst, gehst du da rein und kriegst direkt den Kälteschaden. Ah ok, dann kriegst du nur Schaden und stehst du auch fort. Ja, ich wär kacklatt, ich merk. Boah, der war richtig gemein. Okay, die Zahlung ist hart. Ist der Buna auch Zeug, was die... Alter, was ist denn hier los? Ja doch, die können wir alle nehmen. Hier liegen vier tote Rehe, was ist los? Ey, irgendwer hat auch ein totes Rehe bei mir hier liegen gelassen. Also ich hab selber schon fünf Stunden abgeschossen. Ich weiß, warum der Bauer keine Pfeile mehr hat. Er hat immer Rehe abgeschossen und ist weitergelaufen. Wer? Ach, lol. Das ist falsch weg. Nee, ich hab auch ein Regen. Ich habe gar keine Ruhe. Der Micha, der ist in seinem Element. Der fühlt sich wie ein Call of Duty Warzone. Aber Gudo, deine Drohne macht die automatisch Schaden auch dem Gegner? Weiß ich gar nicht. Kannst sie ja theoretisch los schicken und Schaden machen auch. Ich hab's ja gigant hier. Wieso? Ich bin dann gar nicht dabei. Wer lebt denn noch so? Ich hab einen Bruder. Und Bauer. Und Bauer. Und Sascha. Nö. Vorhin waren schon alle zu uns weg. Und eine Atombombe, die geht, damit sie gezündet wurde. Okay. Als wenn die Zeit vergeht so schnell hier, ne? Oh, perfekt. Ja, der Fight zwischen Micha und Budo, ey. Ja, echt mal. Verrat's ihm doch nicht. Recht. Jetzt traut er sich. Ja, haben sich beide getrennt. Ja, Budo, der hat zum Beispiel Davinium übrig, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was er damit craften soll. Das stimmt. Micha, der gönnt sich einfach mal. Kein Leben, aber der gönnt sich. Ja, wie soll ich mich denn heilen hier? Das stimmt. Mit Elchen. Jetzt rüstet der Budo erstmal auf. Wollte ich auch grad sagen. Du hörst auch noch ein bisschen was über. Ja, äh, der... Was? Jetzt hat er sich schon abgeräumt, ey. Jo. Ich hab gestoppt. Sorry Micha. Was ist eigentlich, gehen die Sachen weg, wenn, äh, die Leute tot sind? Keine Ahnung. Da bleibt doch Zeugs liegen. Kannste... Lootest das ja automatisch, glaub ich, wenn ihm... Ne, ich meine, wenn... Wenn... Wenn jemand einen Baum lootet... Ja, automatisch nicht. Ne? Wenn jemand... Jemand, der tot ist, einen Baum gelootet hat. Wird mir das noch angezeigt, wär ja sinnlos. Also nein. Wird eigentlich Sinn machen. Aber ein Baum stumpf ist wie dein eigener, der halt nix tut. Ne. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ja, Sascha, hast du gesehen. Ich hab noch nie genug gespielt, um diesen Fall zu sehen. Du... Du bist mir nicht als erster gestorben, sagst du? Komm schon. Das ist ein Mordhau, Sascha. Jo. Echt mal Sascha. Sogar einfacher. Hast du das gelevelt? Auch glaube ich war nicht. Der Sascha hat auch alles voll gelevelt. Inventar voll, Sascha. Ja, ja. Jaja, das hab ich ständig. Das hatte ich tatsächlich eben. Ich hab so viele Gegenstände, weil ja so viele Rehe hier rumlagen. Was macht denn dieses Geschütz? Das ballert einfach automatisch. Ja. Ja, vor allem weißt du halt, wo derjenige dann ist, ne? Aber letzte Runde ging doch die Zonen viel schneller zu, oder? Ja, weil Andi und... und wer unser Computer zugemacht haben. Ja. Ja. Bis in die Sonne. Spielen wir das ernst ab der 17 Minuten? Ja. Ihr wolltet das ja so. Wo steht das? Ja, es ist nur 22 Uhr sitzt der laut Plan. Ach so. Seit 22 Uhr. Nee. Nee, da läuft... die Runde läuft erst seit 16 Minuten. Die Runde läuft erst seit 16 Minuten. Die Runde läuft erst seit 16 Minuten. Da steht's. Da steht's. Da steht's. Da steht's. Boah. Tot von oben, ey. Ah, schade. Wär aber auch übertrieben gehen. Ah, das wär geil. Ja. Oh, was? Ah. Mein geilster Kill in nem Ego-Shooter war mal bei... Den Machi seh ich immer nur flüchten. Im Flug... Ey, ich muss auch seit 2 Uhr noch so hält. Ah, wieso? Wieso? Hat der Sascha letztens auch nicht gemacht. Das wird dir auch nicht helfen. Mal drinnen bleiben. Sag ich dir nur so. Denn Sascha ist ja auf den Fersen. Was? Gar nicht. Was bleib ich denn hier hängen an nem Ast? Wo du kacke bist. Was? Haben wir ja gesehen grade. Na, dann mach ja erstmal ein Feuer hier drüber. Darf ich? Er war auf jeden Fall so nett und hat angelassen. Jo. Ja, genau. Ah, ich weiß, wo der Machi ist. Der Machi hat an. Der Machi hat an. Ja, genau. Machi hat Feuer an. Nein, du gehst nicht zu Machi, Budo. Echt nicht? Doch, doch. Du gehst zu Machi. Könnt ihr mal mit dem Scheiß aufhören? Warum wird denn dem Budo jetzt vorgesagt? Nein, Budo. Wir sagen doch nichts. Nein, nein, nein. Ich sag doch nicht vor. Du gehst zu Machi. Hätt ja auch ne Lüge sein. Du weißt ja doch gar nicht. Okay, das ist unwahrscheinlich, dass wir in dem Fall Lüge machen. Na eben. Ah, das war schon. Da ist einer. Oh, lol. Was war das denn? Oh, moin. Ich sag mal so. Die Tarnung ist richtig hart. Also. Sie erfüllt ihren Zweck. Tarnung. Welche Tarnung? Sie ist ja funktioniert. Die im Busch hocken. Tarnung. Sudden Death heißt jetzt wird die Zone immer kleiner, ne? Ja. Ja. Jetzt kommt der Rand immer näher. Okay. Und so sudden ist der Death gar nicht. Komm ganz schön langsam. Ja, das stimmt. Das ist eher slow. Sudden Death wäre so. Drei, zwei, eins. Alle tot. Na, traut sich noch einer den Loot zu holen? Wir sind doch eh alle voll aufgerüstet, oder? Ja, bringt ja nix eben. Bis auf den Machi, der hat noch nicht alles gerüstet. Oh, machi. Ey, Leute. Das ist relevant. Könnt ihr das bitte nicht sagen? Ach, das ist nicht relevant. Im Endeffekt. Ja, schon. Oh, wer hat denn hier die Wand so schön angemalt? Tja, häng ich hier. Komm, wer ist der wahre Mordtauschütze? Schnell wieder einsammeln. Oh. Jetzt schaut jemanden erst mal auf. Jo. Kann man auch den Pfeil vom Gegner wieder einsammeln? Ja, ja. Ja, ja. Wer lootet denn da? Ich weiß nicht. Oh. Keine gute Idee. Oh. Unsichtbar, Alter. Ich glaub's nicht. Warum holst du denn keiner den Nut? Der Nut ist jetzt mal echt bescheuert gekommen, oder? Alter. Wie klein wird das Fick? Ist das immer noch kleiner? Oh Gott. Oh Gott, Alter. Mit viel Leben? Ey, das wird noch kleiner. Boah. Geil. Fick dich. Fick dich. Sonst hab du das noch brauchst, ne? Ja. Boah. Ich wollt's die nur ablenken. Ich will die tot mit deinem nächsten Schlag. Ich guck nur noch zu. Nein. Ahaha. Ja. Geil. Die wird ja noch kleiner. Bis denn der Machi? Boah. Das ist auch mieser. Ey, kämpf doch gegen sie. Der Machi macht das so rapid, der gewinnt gleich noch. Ich hab so wenig Leben die ganze Zeit. Deswegen. Geil. Oh, da geht's noch. Hallo. Hä? Oh, Alter. Noch vom Schwein. Hahaha. Das ist ja lustig. Bin ich aus der Person, oder? Nein. Hä? Ich werd als tot angezeigt und ich die Brotten habe da auf? Ja, jetzt bist du tot. Hä? Da stand vorher schon. Dass ich tot bin durch Budo und ich kann trotzdem noch weiter machen. Ja. Uncool. Oh. Nein. Ich wollt dann nochmal eh drücken. Wie viel Leben hattest du noch? Ah, nice. Äh, keine Ahnung. Zeig dir nicht mal an. Rudo war nicht knapp. Aber, äh, machen wir mal. Es geht. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab die Finger schon weh von dem ganzen Rumgefliege. Hahaha. Eine... eine Minute. Sehr schön. Ja, da war wirklich scheiße. Ich hab wie gesagt, die waren eigentlich weggrenzt, Sven. Aber da hast du mich angerufen. Hahaha. Ja, aber darum geht's denn im Spiel. Ja, aber wenn man am Anfang jemanden angreift, dann kann man halt auch verlieren. Und jetzt sagt nochmal, dass es nicht mit mir schön war. Boah. Schön kurz und knackig. Hahaha. Hahaha. Ja. 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 Ich hab... Ja. 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 Na, ja.